33. Josef lebt gerne. Fünf Jahre lang war alles so herrlich gegangen, mit Winden, Wasser und Wachstum, dass man aus Dankbarkeit die 5 zu 7 ernannte. Sie verdiente es völlig. 34. Nun wendete sich das Blatt, wie Pharao, mütterlich besorgt ums Reich der Schwärze, es undeutlich vorgeträumt und Josef es deutlich zu deuten gewagt hatte. Der Nil blieb aus im Zusammenhang damit, dass zu Kana an die Winterregen, die Spätregen zumal ausblieben. Er blieb aus einmal, das war eine Trauer, und er blieb aus zweimal, das war ein Klagegeschrei. 35. Er blieb aus zum dritten Mal, da war es ein bleiches Händeringen. Und nun konnte er auch ebenso gut noch so oft ausbleiben, dass man es eine Dürre und Spreuzheit von sieben Jahren nennen mochte. 36. Es geht uns Menschen bei solchem außerordentlichen Verhalten der Natur immer gleicherweise. Zu Anfang täuschen wir uns, alltäglich gesinnt wie wir sind, über den Charakter des Vorkommnisses, verstehen nicht, worauf es hinaus will. 37. Gutmütig halten wir es für einen Zwischenfall gewöhnlich mäßiger Art, und es ist seltsam, an diese Blindheit, dies Missverständnis zurückzudenken, nachdem wir allmählich gewahr geworden, dass es sich um eine extravagante Heimsuchung, eine Kalamität erster Ordnung handelt, von der wir nicht gedacht hätten, dass sie uns selbst zu unseren Lebzeiten zustoßen würde. 38. So auch die Kinder Ägyptens. Es dauerte lange, bis sie begriffen, dass das Phänomen über sie gekommen war, das sieben Spreujahre heißt, und das sich vor Zeiten wohl schon ereignet hatte, auch in ihrem fabelnden Schrifttum eine gruselige Rolle spielte, dessen Erlebnis sie aber sich selbst nicht zugetraut hätten. 39. Und doch war die Begriffsstutzigkeit vor dem, was da seinen Anfang genommen hatte, in ihrem Falle weniger verzeihlich, als wohl sonst unsere Kurzsicht. 40. Denn Pharao hatte geträumt und Josef gedeutet. War nicht die Tatsache, dass die geweissagten sieben fetten Jahre wirklich eingetreten waren, beinahe schon der Beweis dafür gewesen, dass auch die sieben mageren eintreten würden? 41. Diese aber hatten die Kinder Ägyptens sich während der Fetten aus dem Sinn geschlagen, wie einer sich des Teufels Rechnung aus dem Sinn schlägt. 42. Nun ward diese Rechnung vorgelegt. Als der Ernährer zwei-, dreimal erbärmlich klein gewesen war, mussten sie sich's gestehen, und eine öffentliche Folge ihres Begreifens war ein gewaltiges Wachstum von Josefs Ansehen. 43. War diesem schon das Eintreffen der Jahre des Überflusses sehr günstig gewesen, wie sehr musste erst sein Ruhm sich erhöhen, als sich herausstellte, dass auch die Mageren angelangt waren und seine dagegen getroffenen Vorkehrungen sich als die Eingebung höchster Weisheit zu erkennen gaben. 43. Ein Landwirtschaftsminister hat wohl in Spreu- und Hungerzeiten einen schweren Stand, denn das dumpfe Volk, dessen Sache Vernunft und Billigkeit niemals sind, wird immer geneigt sein, dem für das Reich der Schwärze höchst Verantwortlichen emotionalerweise die Schuld an dem natürlichen Unheil zu geben. 44. Ganz anders aber steht er da, wenn er die Heimsuchung vorausgesagt hat, und wiederum noch ganz anders, nämlich höchst ruhmreich und ehrfurchtgebietend, wenn er bei Zeiten zauberhafte Schutzmaßnahmen dagegen erstellt hat, die das Übel, möges auch die Macht bewahren, große Umwälzungen herbeizuführen, doch seines Charakters als Katastrophe berauben. 45. In zugezogenen Söhnen der Fremden bilden sich die Triebe- und seelischen Eigenschaften ihres Wirtsvolkes oft fast stärker und beispielhafter aus als in den Ursassen selbst. 46. Dem Josef war während der 20 Jahre seiner Einbürgerung ins Land, seiner Entrückung und Absonderung, die auszeichnend bezeichnende ägyptische Idee, sorgend abwehrender Selbstbehütung, in Fleisch und Blut übergegangen, und zwar so, dass er zwar aus ihr handelte, es aber nicht unbewusst tat, sondern Abstand genug dabei von der bestimmenden Idee bewahrte, um, persönlich von ihr geleitet, auch noch ihre Volkstümlichkeit im lächelnden Auge zu haben und auf diese sein Handeln abzustellen. Eine Vereinigung von Echtheit und Humor, die reizvoller ist als Echtheit allein, ohne Abstand und Lächeln. 47. Für seine Saat, das heißt, seine steuerliche Bewirtschaftung der Fülle, war nun die Zeit der Ernte gekommen. Ich will sagen, die Zeit der Austeilung und eines Krongeschäfts, wie es so fett und einkömmlich noch keinem Sohn des Reh seit der Zeit des Gottes je war bereitet worden. Denn wie es im Buche steht und im Liede heißt, es war eine Teuerung in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Was selbstverständlich nicht sagen will, dass nicht auch in Ägyptenland Teuerung war, denn wie sich bei bedürftigster Nachfrage der Kornpreis gestaltete, das kann ein jeder sich ausmalen, dem von den Gesetzen der Volkswirtschaft auch nur eine blasse Ahnung angeflogen ist. Er möge erblassen bei seiner Ahnung, zugleich aber bedenken, dass diese Teuerung bewirtschaftet wurde, wie vor dem die Fülle, nämlich von demselben freundlichen und verschlagenen Mann, der diese bewirtschaftet hatte, dass die Teuerung in seiner Hand lag und er damit machen konnte, was er wollte. Für Pharao machte er in Treuen das Beste daraus, zugleich aber auch für die, die ihrer am wenigsten gewachsen waren, die kleinen Leute. Für sie machte er sie zur Gratis-Teuerung. Dies geschah durch ein zusammengesetztes System von Ausnutzung der Geschäftslage und Mildtätigkeit, von Staatswucher und fiskalischer Fürsorge, wie man es noch nicht erlebt hatte, so dass es in seiner Mischung aus Härte und Freundlichkeit jedermann, auch die von der Ausnutzung Betroffenen, märchenhaft und göttlich anmutete. Denn das Göttliche benimmt und äußert sich auf diese zweideutige Art. Man weiß nicht, ob man es grausam oder gütig nennen soll. Die Lage ist nicht extravagant genug zu denken. Für den Zustand der Landwirtschaft bot der Traum von den sieben versenkten Ähren ein so treffendes Gleichnis, dass es schon gar kein Gleichnis mehr war, sondern die dürre Wirklichkeit. Versenkt gewesen waren die Traumähren vom Ostwind, nämlich von Hamsin, einem glühenden Südöstler, und der ging neuerdings während der ganzen Sommer- und Erntejahreszeit, Schemu genannt, vom Februar bis Juni fast ununterbrochen, öfters als Ofenheißer Sturm, die Luft mit feinem Staub erfüllend und mit ihm aschig die Pflanzen bedeckend, so dass, was nach schwächlichem Verhalten des unernährten Ernährers etwa gewachsen war, unter dem Anhauch der Wüste verkohlte. Sieben Ähren, ja, davon mochte man sprechen, mehr waren es nicht. Mit anderen Worten, Ähren und Ernte waren nicht da. Was aber da war, in ungezählten, eigentlich aber doch sehr wohl gezählten und aufgezeichneten Mengen, das war Korn, war Saat und Brotfrucht allerlei Art, nämlich in den königlichen Magazinen und Spargruben, Strom auf und Strom ab, in allen Städten und in ihrer Umgebung durch ganz Ägyptenland und nur in Ägyptenland. Denn anderwärts hatte es keine Vorsorge gegeben und keinen Kastenbau, in Voraussicht der Flut. Ja, in ganz Ägyptenland und nur hier war Brot. In Staateshand, in der Hand Josefs, des Vorstehers all dessen, was der Himmel gibt. Und nun wurde er selbst wie der Himmel, der gibt, und wie der Nil, der ernährt. Er tat seine Vorratshäuser auf, nicht sperrangelweit, sondern mit Bedacht, und indem er sie zwischenein wieder schloss. Tat sie auf und gab Brot und Saat allen, die es brauchten, und das waren alle. Ägypter sowohl wie Ausländer, die angereist kamen, Getreide zu holen aus Pharaos Land, das mit mehr Recht als je eine Kornkammer hieß, die Kornkammer der Welt. Er gab, das heißt, er verkaufte denen, die hatten zu preisen, die nicht sie bestimmten, sondern er. Der unerhörten Geschäftslage entsprechend, sodass er Pharao golden und silbern machte und dennoch zugleich noch geben konnte, in einem anderen Sinne. Den Kleinen und Rippenmageren nämlich, denen ließ er austeilen, wenn auch das Notwendigste nur, wonach sie schrien, den Kleinbauern und Städtern der Rindsteingassen für Saat und Brot, damit sie lebten und nicht stürben. Das war göttlich und löblichem menschlichem Vorbild gemäß war es auch. Es hatte immer gute Beamte gegeben, die sich selbst mit berechtigter Rührung inschriftweise in ihren Gräbern nachsagten, dass sie in Hungerzeiten des Königs Untertanen ernährt, den Witwen gegeben und weder groß noch klein bevorzugt, nachher aber, wenn der Nil wieder groß gewesen, nicht den Rückstand des Ackersmannes genommen, d.h. nicht auf Vorschüsse und gestundete Steuern gedrungen hätten. An diese Inschriften fand das Volk sich erinnert durch Josefs Geschäftsführung. Aber in solchem Maßstabe, mit so großer Vollmacht ausgestattet und unter so göttlicher Handhabung in dieser Vollmacht, hatte noch kein Beamter seit den Tagen des Seeds sich als gut erwiesen. Das Korngeschäft, versehen von 10.000 Schreibern und Unterschreibern, erstreckte sich über ganz Ober- und Unterägypten. Aber alle Fäden liefen zu Menphi, im Amtshause des Schattenspenders und alleinigen Freundes zusammen und war keine letzte Entscheidung über Verkauf, Darlehen und Gift, die er nicht sich selber vorbehalten hätte. Es kamen vor ihn die Reichen und die viel Land hatten und schrien vor ihm nach Saatfrucht. Denen verkaufte er für Silber und Gold, nicht ohne ihnen zur Auflage und Bedingung zu machen, dass sie ihr Bewässerungssystem auf die Höhe der Zeit brächten und es nicht länger in feudaler Rückständigkeit dahinschlampen ließen. Darin bewährte sich seine Treue zu Pharao dem Höchsten, in dessen Schatz das Silber und Gold der Reichen floss. Und es kam vor ihn das Geschrei der Armen nach Brot, denen ließ er austeilen aus den Vorräten für nichts und wieder nichts, dass sie essen und nicht hungerten. Darin bewährte sich seine Sympathie diese Grundeigenschaft seines Gemütes, über deren Wesen wir weiter oben schon alles bestens gesagt haben, sodass hier nicht Not ist, darauf zurückzukommen. Dass sie mit dem Witz zu tun hatte, darauf möge immerhin kurz zurückgekommen sein. Und wirklich war etwas Witziges in seinem Geschäftssystem von Ausnutzung und Fürsorge, sodass er denn auch in dieser Zeit, trotz großer Arbeitsbürde, immer sehr heiter war und daheim zu Asnat, seiner Gemahlin, der Sonnentochter, wiederholt die Äußerung tat, Mädchen, ich lebe gern. Dem Auslande verkaufte er auch zu Teuerungspreisen, wie wir wissen, und sah Verzeichnisse an des Getreides, geliefert den Edlen des Elenden Rettenu. Denn viele Stadtkönige Kanaans, darunter der von Megiddo und der von Schahuren, schickten zu, ihm Getreide zu holen, und der Gesandte Askalunas kam und schrie vor ihm für seine Stadt und wurde beliefert, wenn auch nicht billig. Aber auch hier hielt Freundlichkeit, der konjunkturalen Strenge die Waage, und hungernden Sandhasen, Hirtenstämmen von Syrien und dem Libanon, Barbaren, die nicht zu leben wussten, wie seine Schreiber es ausdrückten, erlaubte er einzuwandern mit ihren Herden durch die sorgsam bewachten Zugänge des Landes und östlich des Stromes, wo es gegen die steinige Arabia geht, auf den feuchten Weiden von Zoan, am tanitischen Arm, ihr Leben zu finden, wenn sie versprachen, das ihnen angewiesene Gebiet nicht zu überschreiten. Und so las er Grenzrapporte von dieser Art. Wir haben die Beduinen von Edom, die Merneptach-Festung, nach den Teichen des Merneptach passieren lassen, dass sie sich und ihr Vieh ernähren mögen, auf dem großen Weideland des Pharao, der schönen Sonne der Länder. Er las es genau, er las alle Grenzberichte genauestens, und höchst genau mussten sie sein nach seiner Willensweisung. Die Buchführung der Sperren im Osten über alle Personen, die man durchließ ins kostbare Ägyptenland, das nun noch so viel kostbarer geworden war. Über jeden also, der aus dem Elend kam, um Getreide zu holen, aus Pharaos Kornkammer, unterlag auf seinen Befehl peinlichste Verschärfung und die Grensoffiziere vom Schlage des Leutnants Horwatz von der feste Zehl, des Schreibers der großen Tore, der einst Josef selbst mit den Ismailitern ins Land gelassen hatte, waren gehalten, ihren Verzeichnissen große Sorgfalt zu widmen und die Einreisenden nicht nur nach Heimat, Gewerbe und Namen, sondern auch nach ihres Vaters und dessen Vaters Namen zu protokollieren, die Listen aber täglich, pünktlich und eilig hinabzusenden nach Menfee in des Schattenspenders großes Geschäftshaus. Dort wurden sie nochmals säuberlich geschrieben, auf zweimal gutes Papier, mit roter und schwarzer Tinte und wurden so vorgelegt dem Ernährer, der aber, obgleich sonst noch hinlänglich beschäftigt, las sie täglich von oben bis unten durch, so sorglich, wie sie hergestellt worden waren.